Ich gebe Ihnen jetzt drei Tipps. Drei Tipps vom Direktor Feigenwinter. Tipp Nummer eins, stellen Sie keine jungen Menschen ein. Warum? In unserem Alter, als wir jung waren, da kamen wir pünktlich, zuverlässig und haben alles durchgezogen. Da gab es klare Regeln, das war gut. Man wusste, was zu machen ist, wo man hingeht. Wo man den Arbeitsplatz hat, so. Die Jungen von heute, die wollen das nicht, die kapieren das nicht, die haben keine Werte, die haben keine Zuverlässigkeit. Die kommen und gehen, wann sie wollen und dann immer am Handy so. In meiner Firma Handyverbot.